Willkommen zurück zu Nio. Ich denke heute werden wir den Boss des Levels angehen. Der sollte sich ja auf dem Shift Auto vor uns befinden. Ich denke das machen wir. Aber zuerst... Ah, dicht da unten. Diese drei Fähigkeiten, die ich nach unten zu vergeben habe, die hebe ich mir noch auf. Zur Zeit kann ich mir nichts auswählen, das ich haben möchte. Fähigkeitenpunkte links unten. Ach, probieren wir es. Ah, da hinten leuchtet noch was. Das hole ich mir dann. Wenn ich das überleben sollte. Oh! Oh, oh, stau mal, oh, stau mal. Nein! Au! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, ging. Das ging doch. Neue Ausrüstung. Habe ich davon irgendwas gebrochen? Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Unbegrenztes Relaxier, vielleicht das nachschauen. Ganz gleich wie Felix YouTube benutzt, ein Ford ist einfach unerschöpflich. Das klingt gut. Oh, der schießt da durch. Da nicht. Okay. Dann halt so. Dann auf, auf, Schiff, ins Schiff, was auch immer. Okay. 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 Nein, 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 kacke Warum trifft der? Nicht, 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 nicht. Ach, kacke Billcraft zu blöd dafür Weg 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 Ah komm, schießt die Zweitel Zweit der Kugel Komm her, komm her Wut, wut, wut 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 Weg 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 Nein Aber Hausdauer Ah Zweit der Weg 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 Weg, 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 weg. Ach, bin ich dumm. Ja. Ach, ich hab das Tammy grad nicht draussen dafür. Puh. Das war der erste Boss. Liegt hier noch was? Nein. Und gehen wir weiter. Ja. 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 Diese Sequenz sollte er jetzt eigentlich mit aufgenommen haben. Anscheinend kann er nur die CJ-Dinge nicht aufnehmen. Diese Menschen werden über die Kiste von den Türen. Einige sind der Herr von der Hideos, der石田 wird. Einige sind der Herr von der Türen, Toku-Gawa Ieas. Ich bin, die Ieas, der Hideos von den Türen, und wurde in den Türen. William, in Ehemann die Kiste der Kiste aufschlagen, Aber ich habe mich, dass die Begräu-Büste mit den Händen gegründet werden. Wenn ich die Begräu-Büste mit den Händen versuche, dann wird es ein Schicksal. Anzlna, wenn ich die Begräu-Büste entdeckte, dann werden wir auch die Begräu-Büste. Ich möchte, dass ich die Begräu-Büste, die Begräu-Büste, in die Begräu-Büste. Also CGI-Videos sind anscheinend blockiert, die normalen nicht. Tutorial-Missionen freigeschaltet, Zwielicht-Missionen freigeschaltet, Ausgangspunkt und da haben wir eine Nimm-Mission und die Nimm-Mission werde ich mal machen. Ich dachte, die von den ausländischen Händlern angeheuerten Partiten wären besiegt, doch anscheinend habe ich mich geirrt, manche von ihnen sind noch auf freiem Fuß und bedrängen die Dorfbewohner. William, du bist geschickt im Kampf gegen Dämonen, vielleicht kannst du deine Fähigkeiten ja auch für deine Mitmenschen einsetzen. Die noch übrigen Banditen sind nur ein zusammengehörfelter Haufen. Schalte Ihren Anführer aus, dann wird der Rest schon davon laufen. Dann machen wir das doch mal. Ja, wir mal Ihren Anführer. Oh, Sonnenaufgang, schön. Ein Level Up sollte es sich doch ausgehen. Ah, es gehen sich zwei aus, sehr schön. Naja, stecken wir alles in Ausdauer mal, dass ich bessere und schwere Sachen tragen kann. Ich möchte nämlich auf unter den 70% bleiben. Oh, da ist doch was an. Das hat ja schon mal sehr gut angefangen. Jetzt hat es funktioniert. Ich heil mich doch lieber mal. Komm raus, komm raus. So, weg mit dir. Das der erste Tod so bescheuert ist, fällt ein Krieger im Kampf, verlässt ihn sein Schutzgeist und sein Armitter wird in einem Schwertügel gebunden. Wenn du diesen berührst, werden dein Schutzgeist und dein Armitter wiederhergestellt. Wie bei Dark Souls nur, dass es kein Haufen ist. Hallo. Naja, was soll's. Ein schöner erster Tod. Da oben ist jetzt wieder zu. Da sind Gegner. Hallo. Ja, ich weiß nicht, ob das so gescheit war grad. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war das extrem bescheuert, was ich gemacht hab. Und ich stell mich auch sehr bescheuert grad an. Okay, der will nicht mehr nachkommen. Bord. Ah, hallo. Erd amulett. Vorne ist ein Bogenschütze. Ich seh dich. wieder schön aufgeschlitzt. Okay, dann muss ich nach oben. Hm. 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 Du hast clean gemacht. Komm her mit der Axt. Trau dich. Trau dich. Hey. Hey. da. Warum geh ich da denn gleich hin? Ich hab doch Pferdenbogen. Ah, der hält mir aus. Vielleicht waren die letzten zwei Pferde unnötig, aber was soll's. Das hat geholfen. Das hat geholfen. Ha. Das war zu offensichtlich. Hallo. Ah. Verdachte Treff nicht waren, weil er keine Ausdauer hat. Falsch gedacht. Ist er wieder dahinter? Nein. Ah. Ah. Wo ist da was? Okay. Dann halt so. Das war wahrscheinlich da oben. Gut. So komme ich nicht darauf. Hallo. Axtmann. Okay. Von da oben macht es mir zu wenig Schaden. So. Was haben wir da? Luntenschloss. Munition. Drehkugeln fürs Gewehr. Okay. Okay. So. Okay. Falsch. So. 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 fahren traur dich noch jemand noch etwas was ich darauf sammle schaue ich am ende des der quest dann ist ja nur eine mission achten ihm gut Blöder Axt-Tänz hier. Scheinig zu. Was hat er davon? Da ist doch einer. Ich habe mich gewundert, wenn da keiner ist. Ich habe mich gewöhnt. Ich habe mich gewöhnt. So, darin müssen wir meines Wissens nach. Die nehmen wir aber mit. Das war zu spät mit R1. Das war zu früh. Ja, das Taming habe ich noch nicht ganz raus. Ach, das war doch mitten ins Gesicht. Warum macht der Dunkel? Was hat er davon? Die sind zu zweit drinnen. Schön drüber. Hallo Posse Posse. Das ist so schwer. Der ist da nicht. Ich werde einfach nur mehr leben als die anderen Gegner. So. Dann schauen wir mal kurz nach den Atoms, was wir bekommen haben. Gibt es ein neues, gutes Schwert? Wie weit ist mein Vertrauen eigentlich mit dem alten? Noch nicht voll. Ich mache zuerst die Vertrautheit voll. Neun Bogen, sehr schön. Ah, da warte ich nicht auf die Vertrautheit. Glück plus 14. Leider, schaden, 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 schaden. Schaden, 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 schaden. Neun Bogen. Ja, nehmen wir doch. Das ist genauso hässlich für die Alte. Aber was soll es. finden besseres und leichteres zeug das ist ja wenigstens was auf jeden fall wenn dann tausche ich den aus vertrautheitsbonus er hat schaden leben lebensschutz schatz gespür das probiere ich mal aus heiliger pinsel ein rituell gereinigter pinsel mit dem du 30 prozent der von dir bereit gehaltenen an mio gegenstände wieder herstellen kannst er wurde mit einem er wurde mit heiligem wasser benetzt das im augenblick des sonnenaufgabens geschöpft wurde ja schön dann beenden wir die hauptvision jetzt habe ich einmal zu oft kreis gedrückt ich kann meinen derzeitigen bogen nicht auswählen benutzen hat eben das symbol rechts angezeigt egal hervorragende arbeit genau wie ich es erwartet hatte die dorfwohner sind überglücklich sie hatten es in letzter zeit wirklich nicht leicht hoffen wir dass sie jetzt etwas ruhe genießen können ja wird schon so sein dann speichern wir und beenden den part für heute wünsche euch noch viel spaß und bis zum nächsten mal